Easy! Easy? Immer, wir hatten doch eigentlich gesagt, wir machen das. Easy, du wolltest doch aufstehen. Easy! Hast du dir keinen Wecker gestellt? Easy, jetzt komm her! Geister! Geister! Ne, 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 ne! Alles ruhig! Nein, nein, geh weg! Gott, ach du bist es. Wir wollten doch eine Geisterbeschwörung machen. Du hast... Nein! Doch! Ich hab schlecht geträumt von Geistern. Ich mach bestimmt keine Geisterbeschwörung. Wie soll denn da pass... Easy, du weißt doch, dass das Quatsch ist. Es ist doch nur zum Spaß. Ja, genau, zum Spaß. Viel Spaß. Komm, ich hab hier schon alles vorbereitet. Nein. Easy. Ach man, Ronja. Wir müssen das doch nachts machen. Taxi-Bars ist ja langweilig. Okay, okay, ich reiß mich zusammen. Aber ich sag dir, das ist keine gute Idee, ja? Ja, ja, was soll denn passieren, hä? Was passieren könnte? Ja. Der Geist kommt und ergreift Besitz von deinem Körper und schenkt dich dazu, Brot mit Körnern zu essen. Statt normalem. Oh. Ja, sowas kann passieren. So, davon hast du geträumt? Dann heulst du nämlich. Dann, okay. Ganz genau. Ich glaub nicht. Ich kann mich nicht setzen. Aber egal, ich bleib liegen. Okay. Okay. Bist du bereit? Nein. Easy! So geht es nicht. Wir müssen jetzt die Geister im Raum rufen, ja? Ich hab mir ein Tutorial im Internet durchgelesen, wie das funktioniert. Man ruft die Geister im Raum. Man fragt, ob ein Geist da ist. Und dann guckt man auf dem Board, ob sich das bewegt. Okay? Dann fang mal an. Okay. Geister, wir rufen euch. Ja, bitte? Du bist doch kein Geist. Jetzt nochmal ordentlich. Ja, ich mach mit, okay? Okay. Drei, zwei, eins. Okay. Ist hier jemand im Raum, der mit uns sprechen möchte? Dann sprich jetzt, Geist. Da steht Dunja. Da steht Dunja. Da steht Luigi. Oder wie auch immer, wenn man das ausspricht. Ich hab keine Ahnung. Aber. Das ist die Dunja. Okay, aber guck mal. Siehst du da? Siehst du sich da irgendwas bewegt? Wir rufen die Geister. Hier ist kein Geist, Easy. Gebt uns ein Zeichen, wenn ihr uns hört. Wir rufen euch. Damit ihr kommt und Ronja mit euch nehmt. Entschuldigung. Denn sie zwingt mich immer, Schwarzbrot zu essen. Das ist nicht wahr. Okay. Also ich hör keine Zeichen. Ich seh da hinten, die Bienen sich bewegen. Aber das würde ich jetzt nicht als Zeichen werden. Ich sag doch, das war ne blöde Idee. Bis dann. Schau, gute Nacht. Okay. Gute Nacht. Easy? Wollen wir frühstücken? Easy. Aufwachen. Easy. Easy? Die ist wahrscheinlich schon frühstücken gegangen. Na toll. Hätte mich auch mal wecken können. Easy. Hallo. Immer ist die so verfressen. Ganz ehrlich. Das ist furchtbar. Und dann kommt man ins Haus. Und dann ist das Müsli wieder leer. Jeden Tag. Immer wieder. Das kann ja wohl nicht sein. Easy? Uhu. Wo bist du? Hm. Komisch. Die ist auch nicht in der Küche. Ich mein. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich guck vielleicht nochmal draußen. Wir haben gestern Abend die Geisterbeschwörung gemacht. Aber eigentlich ist dabei nichts passiert. Also. Sollte da nichts passiert sein? Ich hoffe, da ist nichts passiert. Was? Es gab doch diese Hexe. Was ist, wenn die sie entführt hat? Oder wenn irgendwie die Geister sie... Weiß ich nicht. Joey? Easy ist weg. Und wir haben gestern Abend vielleicht, vielleicht aber auch nicht eine Geisterbeschwörung gemacht. Und wir haben vielleicht, vielleicht aber auch nicht dran geglaubt. Und falls wir jetzt irgendwen verärgert haben, ist Easy vielleicht, vielleicht aber auch nicht entführt worden. Slash besessen. Slash an einem unbekannten Ort. Hast du irgendeine Ahnung, was wir machen können? Äh, frag doch vielleicht die Hexe. Die kennt sich bestimmt mit sowas aus. Okay. Okay. Alles klar. Ich geh zur Hexe. Die... Ich mein... Ja. Schlimmer kann's ja nicht mehr. So. Die Hexe wird bestimmt diesmal nett sein. Und nicht... Also, ne. Uns ja nicht mehr. Mich. Nicht aus der Wohnung schmeißen. Und... Die ist bestimmt sehr kooperativ. Also. So kennt man sie ja. Nett und hilfsbereit. Okay. Endlich hingefunden. Boah. Es wird auch schon wieder dunkel so langsam. Meine noch. Hier ist die Hexe. Und hier sind irgendwelche neuen Wuchenblumen. Sehr schön. Gar nicht gruselig. Ähm. Hallo? Hallo? Darf ich reinkommen? Egal. Ich geh jetzt einfach rein. Hallo? Ist jemand da? Ist jemand zu Hause? Das war lustig. Das war richtig lustig. Hexe. Wie ist es? Was warst du denn hier? Ja, was? Ich dachte... Kennst du schon meine neue beste Freundin? Das ist Hexe Walpurga. Warte, seit wann habt ihr euch denn angefreut? Ja, vor allem. Sie hat mir Schokoladentrüppel gegeben. Kommt ihr mal. Oh, die sind so lecker. Mh. Wahnsinn. Ich dachte, du wurdest irgendwie entführt, weil wir doch die Geisterbeschwörung gemacht haben. Und dann warst du... Ja, stell dir mal vor. Glaubst du an Geister? Ich glaubst du wirklich an Geister? Ich glaub nicht an Geister, aber stell dir jetzt mal vor. Mal rein hypothetisch. Du wachst auf. Hast davon eine Geisterbeschwörung gemacht. Du glaubst dich ja von Geistern. Bist du weg am nächsten Tag? Ja, wahrscheinlich. Oh, ich bin noch in meinem Schlafanzug. Egal. Das ist übrigens... Das hab ich euch schon gerade gesagt. Das ist die Hexe. Hi. Die kennst du ja. Die ist richtig nett. Ich hab sie mal gefragt, wie wir das jetzt machen können mit dem Lavamonster. Und sie hat das Plan. Oh, okay. Willst du's hören? Auf jeden Fall. Also, pass auf. Die Hexe hat gesagt, wir können das Lavamonster nur besiegen, wenn wir zwei magische Geschöpfe mit uns nehmen. Und zwar... Okay. Für uns wäre das ja das Pegasus, das ist ja deins, und das Einhorn von mir. Das ist gut. Die zählen dann zu magische Geschöpfe? Ja, das sind magische... Ein Phönix wäre auch gegangen, aber die Phönixbabys sind ja noch zu klein. Ja. Also deshalb, Pegasus und Einhorn, aber die sind ja auch noch klein. Aber es gibt eine Möglichkeit, die größer werden zu lassen. Dazu brauchen wir zwei Sachen. Und zwar brauchen wir für dein Pegasus Bären der Leere. Bären der Leere. Und für mein Einhorn brauchen wir Mondgras. Ja? Okay. Also nicht vom Mond, aber Mondgras. Sie weiß leider nicht, wo wir diese Zutratten herbekommen. Irgendeine Idee, wo man Mondgras herkriegt. Ich meine... Daraus müssen wir denn Tränke machen. Oh, okay. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber... Bären gibt es ja auch ein paar im Wald, da werden wir bestimmt welche finden. Aber Bären der Leere? Warte mal. Bären? Also Bären oder Bären? Ah, Bären. Achso. Bären. Äh, 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 große, schwarze Grizzlybären. Achso, doch die kleinen Bären. Entschuldigung, doch die kleinen Bären habe ich vertan. Ich wüsste auch nicht, wie wir aus dem Grizzlybären einen Trank machen sollen. Easy. Also jetzt nur mal. Bären-Trank. Coole Idee eigentlich. Ja, komm, wollen wir denn... Äh, nee, warte, hier ist der Ausgang. Der ist der Ausgang. Runter geht's. Ich will von bei Kommen springen, aber du bist ja immer so zart beseitet. Oh, Entschuldigung. Tschüss, Hexe. Tschüss. Tschüss, andere Hexe. Welche andere Hexe? Ha? Das war gemein. Suche ich an? Ich weiß, ich weiß zwar nicht, wo wir die Sachen herkriegen, aber, ähm, hast du eine Idee, wer das vielleicht wissen könnte? Äh, wir brauchen irgendjemanden, der sich halbwegs auskennt in der Gegend, aber ich glaube, Joey ist zu klein, der war nicht weit genug unterwegs. Nee, der zaut sich auch nicht in den Wald. Ähm, wir könnten vielleicht den Farmer fragen, oder wir könnten... Farmer? Denitiv. Der Denitiv ist dem Denitiv sein Tod, sagt man doch so, oder? Klar. Der Dativ ist dem Denitiv sein Tod? Denitiv, oder? Nee, Denitiv. Denitiv. Ich bin mir Denitiv sicher, dass das der Denitiv war. Ach, na dann. Wenn du dem Denitiv sicher bist, dann ist es ja Denitiv richtig. Ja, Denitiv, sag ich doch. Ähm, was meinst du, wo der ist? Meinst du, der ist noch bei seinem Sex? Klar, oder? Also, der war doch die letzten ein paar Male auch da. Warum soll er denn woanders hingehen? Weiß ich nicht, vielleicht macht er auch mal einen Spaziergang. Ja, kann ich ja spazieren, Ronja. Du, deine Orientierung. Es tut mir leid, ich habe auch echt lange gebraucht, um zu dir zu finden, möchte ich nur anmerken. Ich bin alleine durch den Wald geirrt, nur für dich. Und das ist der Dank. Es wird sich lustig gemacht, dass ich an Geister glaube. Oh, an mir nimm den Schubbundschröpfel, damit bist du schneller und issin. Okay, danke. Miau. Oh mein Gott, damit bin ich wirklich schneller. Jetzt verdiene ich die Ruhe, ansonsten, ey. Ansonsten ist Mist. Oh, guck mal, da ist er. Stimmt. Oh, guck mal, er hat hier sogar einen Tisch. Wo ist dein Wolf denn? Sein Hund ist nicht da. Hallo. Wir haben ein paar Fragen an dich. Und zwar suchen wir Zutaten. Ich bin viel zu aufgeregt wegen dem Schokotrüpfel. Zittrig. Was hat wir so spät hier verloren? Also, wir sind auf der Suche nach ein paar Zutaten. Und zwar hatten wir... Weißt du noch, was das war? Ronja. Echt jetzt? Hast du es schon wieder vergessen? Es tut mir leid. Ich bin... Weil wir jetzt ja auch gerannt sind und dann war es schon so... Kakerlaken-Zähne und zerriebene Ronja-Augen. Du bist ja auch. Wir suchen... Entschuldigung. Wir brauchen Mondgras. Also, Mondgras war creepy irgendwie. Und wir brauchen Bären der Leere. Aber richtige Bären zum Essen. Nicht die, die einen zergleichen oder so. Was? Bären der Leere und Mondgras. Ja, ich weiß, wo ihr sowas findet. Das ist richtig... Also, das ist sehr gut. Er weiß es? Weil wir wissen es nicht. Ja, er weiß es. Er weiß es. Wie wäre es mit einem Schokorügel? Hast du noch Schokorügel? Nein, die teile ich aber nicht. Aber er gibt uns die Information ja nur, wenn er einen Schokorügel kriegt. Aber das ist... Nur ein... Von mir aus. Ich kaufe dir neue. Wir nehmen ihn. Da, bitteschön. Danke. Die Bären wachsen auf der Farm des Bösen Bauern. Das Mondgras wächst nur an einem bestimmten Ort auf der Welt. Der Farm des Bösen Bauern. Ja, ganz toll. Und wo wächst das Mondgras? Nicht weit von hier ist eine Höhle. Ihr müsst nachts dorthin. Ach, okay. Alles klar. Danke. Viel Erfolg. Okay, dankeschön. Das kriegen wir hin. Warte mal, wir müssen zur Farm des Bösen Bauern. Ja, da sind die Bären. Aber Rolly hat die Sonne geschehen unter. Ich glaube, heute schaffen wir das nicht mehr. Ja, ja. Ah, guck mal, da ist eine Eule. Hallo. Hallo, Eule. Ah, sie greift. Liebe Schöpfling. Lauf. Na gut, das war es dann aber auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen und Isis Kanal. Ihr habt es in der Infobox verlinkt. Und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020